Die Russen haben einen Spionagesatelliten, der Fotos von Gott weiß was macht. Bringen Sie uns darauf, Harrison. Wir können kein Weltraumprogramm rechtfertigen, das nichts in den Weltraum befördert. Wir sind bald alle arbeitslos wegen dieser Schrottkarre. Du darfst die 16 Meilen gern zu Fuß gehen. Oder dich hinten in den Bus setzen. Wir schießen einen Menschen ins All. Wenn wir ihn zu schnell reinholen, verbrennt er beim Wiedereintritt. Ich brauche Rechnungen, die es noch nicht gibt. Ich brauche einen Mathematiker, bevor die Russen ihre Flagge auf dem verdammten Mond hissen. Können Sie sich ausweisen? NASA, Sir. Das wusste ich nicht, die stellen tatsächlich... Es arbeiten viele Frauen für das Weltraumprogramm. Die Testgruppe braucht einen Rechenexperten. Dafür ist Catherine die Richtige. Sie berechnet alles, was sie wollen. Da drin war noch nie eine Farbige. Blamieren Sie mich nicht. Der wurde gestern nicht gelehrt. Äh, Verzeihung, ich bin nicht die... Sie sollten Ingenieurin werden. Ich bin eine schwarze Frau. Ich beschäftige mich nicht mit dem Unmöglichen. Ich stehe unter einem Raumschiff. Wir leben das Unmögliche. Das IBM Datenverarbeitungssystem. Wir wollen wissen, wie man es programmiert. Braves Mädchen. Das ist John Glenn. Was tun Sie für die NASA, Ladies? Wir berechnen ihre Flugbahn. Ohne Zahlen kommt man nicht weit. Wie kannst du dich nur an einen weißen Soh ranschmeißen? Das ist Gleichberechtigung. Ich darf in jeder Farbe was Hübsches sehen. Die NASA nimmt keine Frauen für ihr Ingenieursprogramm. Jedes Mal, wenn wir weiterkommen könnten... Ich möchte an der heutigen Sitzung teilnehmen. Frauen sind dabei nicht vorgesehen. Verschieben Sie die Ziellinie. Sie sollten dankbar sein, dass Sie überhaupt Jobs haben. Ich weiß nicht mal, ob ich in diesem Raum mithalten kann. Du kannst besser mit Zahlen umgehen, als alle anderen da, Catherine. Du warst 300 Stunden lang weg. So hat es sich auch für mich angefühlt. Sie sind nie da, wo ich Sie brauche. Wo zum Teufel gehen Sie jeden Tag hin? Die Toilette für Farbige ist eine Meile weit weg. Wir erreichen unser Ziel gemeinsam oder gar nicht. Über 50 Millionen Menschen sehen diesen Start. Ja, der Computer liegt falsch. Holt die Mädchen. Sie sollen die Zahlen prüfen. Meine Mädels sind bereit. Wir kriegen das hin. Arnold Glenn? Schön, dass die NASA den guten alten Grips nicht abgeschrieben hat. Bei der Friendship Seven ist eine Fehlfunktion aufgetreten. Es brennt da draußen und es wird ziemlich heiß hier drin. Das ist der Kampf unseres Lebens, Leute. Friendship Seven, hören Sie uns. Over. 5, 4, 3, 2, 1. Woo!